hallo und herzlich willkommen bei let's play battlefield 3 mit eroberung groß ich weiß jetzt gar nicht er sieht ja die karte aber ich kann mich nicht so aus dem namen ist auch völlig lax weil wir werden in dauersterben mal gucken die ping ja ist okay ping ist 11 wollen wir mal gucken was wir jetzt hier so reißen können ich ja wie ihr wisst ich bin ein vollen und mal gucken vielleicht kann ich meinen 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 ich hasse meinen status ein bisschen runterschrauben gucke immer mal was war hier so machen können erst mal eine granite werfen gucke 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 ja und übrigens heute total warm draußen was mich ein bisschen bisschen stört aber okay war jetzt letzten tage kühl genug dann darfst du drücken ein bisschen warm sein da jetzt sowieso aber noch die flagge neutralisiert ist ja schon mal ganz gut gewesen okay dann letztes und weiter hier ich hoffe mal jetzt gucken wir mal genau ich habe den pionier mit wir sehen könnt m16 dann schalldämpfer handfeuerwaffe die g 17c mit flugabwehr abwehr launcher werkzeug und ja seht ihr ja so guck mal ob wir uns hier direkt beim flugzeug krallen können was wir eliminieren könnten da hinten rollten panzer der kommt da wo ist hier das nächste fluggerät zum zerstören zerstören ich glaube der ist zu weit weg zu weit weg der tank schießt hier wo ich geht es erst mal hier weg erst mal meterchen nach hinten ein bisschen gampen ist ja schließlich ein taktik shooter ne freunde der nacht da könnt ihr euch flammen langweilig dann ist mir egal ich will gucken dass ich immer was zu packen kriege einfach mal ist das denn überhaupt hier mit automatik visier ja naja klar hulalala ist zu weit weg zu weit weg mal durchs gestrüpp hier der wird wohl auch noch zu weit weg sein wie dämlich komm schon dran hier komm ran komm schon komm schon yeah und adios mist fail ok versuch was wenn wir mal hier runter ja 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 habe ich schon erwähnt ich schon total auf battlefield das war natürlich echten look like aber da seid ihr gewohnt das ist normal guck mal er ist ja schon im schwebflug gesehen hätte ich doch mal schön runter holen können aber nein gehen wir zur tankstelle danke können wir direkt mal ein paar kippen kaufen huu nicht gut direkt mal ausschau halten hier nach fluggeräten oh 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 huu oh ich sollte gleich mal wieder ein raketenweffer mitnehmen naja mal gucken da höre ich doch was ich blind fische man sollte mal aufs radakon komm 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 dich hole ich jetzt komm ein Stückchen näher noch komm ein Stück näher oh jetzt bin ich ins Mikro gekommen du sollst ein stück näher kommen da muss ich wohl näher ran ich bevorzuge übrigens eigentlich immer waschmaps weil es ein bisschen ticken produktiver alles rammelt sammel zu weit weg wieder ach mann voll auf den sack ich glaube das liegt daran weil ich habe ja noch nicht den besten spiel mit der klasse noch nicht so lange den krieg natürlich nicht drauf komm ein Stück näher jetzt hier komm 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 zu papa komm zu papa komm zu papa komm ran ja so ist gut so ist gut weiter harman braut du 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 ich bin so blöd den abzugheele ne Wie gesagt, ich spiele noch nicht lange mit dieser Klasse, aber ich muss noch zugeben, mir fehlen sehr, sehr, sehr viel an Übungen. Aber da müsst ihr mal gucken, dass wir das gehandelt kriegen hier. So, holen wir uns mal den Hubschrauber. Komm schon. Komm schon. Schnell. Ach, Ficken. Einmal versuche ich das jetzt mit Raketenwerfer, ansonsten mit, ja, mit den Javelin. Und dann nehme ich wieder den Rocket Launcher. Perfekt im Busch gelandet. Hoppala. Uh. Da ist Hubschrauber. Aber wieder so weit weg. Wieder so weit weg. Das kann ja nicht mal sein. Und hinterher damit, ey. Hoffentlich weiß ich jetzt mal was. Dann kann ich auch mal ein bisschen Erfolge hier, äh, Tributen. So, da kommt wieder Hubschrauber. Komm, komm ran. Komm ran jetzt hier. Mal zieht der mich doch schon wieder, ey. Komm, komm, komm. Ja, sauber und hoffentlich in schwarz, ey. Yes. Nein, da ist der Panzer. Uh. Der kommt hoch. Nicht gut. Nicht gut. Gar nicht gut. Boah. Schnell verkrümmeln hier. Schnell verkrümmeln. Boah. Ich wusste es. Na ja, egal. Aber wir haben den Helikopter. Zumindest, glaube ich, äh, kampfunfähig gemacht. Meine ich, aber zerstört, das weiß ich jetzt gar nicht. Gucken, wer ist. da gehen wir mal hin. So. Packen wir mal den Javelin aus und Uh. Sehr schön. Und den nächsten sind zerstört. Ich möchte unbedingt mit diesem Gerät weitermachen, damit ich beim Punkten hochkommen hier. Feindlicher Scharpschütze. Da ist es nochmal. Schade. Voll drauf gerotzt und gestorben. So, eliminaten. So, zack. Komm, gib ihn mir, gib ihn mir, gib ihn mir. Aber der kam wohl nicht an. Der kam nicht an, der kam nicht an, der kam nicht an, da hinten ist so einer. Na, da steht heute direkt jemand, egal. Aber schon fast, ne, ne. Wir können ein bisschen Tribut haben. Wir haben ein bisschen Tribut, wir haben ein bisschen ein paar Punkte, wir haben drei Kills und, ja, ich hab zwar Flugzeuge von mir geholt, weil will man mehr. Finde ich gut. So. Erstmal hier spornen. Und wieder die Javelin auspacken. Komm schon. Das ist der Hubschrauber wieder, ey. Der Verbrecher. Der geht mir auf den Zwerhen, na, ehrlich. Oh man. Oh man. Oh ja, 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 ja. Ich weiß, es ist nicht grad viel Spannung hier, aber, wie gesagt, ich will meine Knarre mal ein bisschen leveln hier, damit ich hier mal hochkomme jetzt hier. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Komm, zeig dich. Das war ja wohl schlecht geschossen, ne. Oh man. Aber ich hab ihn angefragt. Ein bisschen. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Komm, zeig dich. Zeig dich. Du Prostituierte, ey. Komm. Komm, komm, komm. Oh, er ist schon tot. So. Haben wir irgendein Fluggerät in der Nähe, das wir zerstören können. Das ist ja unser eigenes, ne. Ach, da hinten war. Der Hubschrauber, ey. Komm zu Papa, komm zu Papa. Ich meine, ich hätte da jetzt was gehört. Uh. Habe ich da was gehört? Ja, ein Panzer. So. Bisschen Camping am frühen Morgen ist doch mal ganz toll. Am frühen Morgen ist cool. Wir haben fast drei Uhr. Uh. Mei, 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 mei. Da ist ein Jäger. Ein Jet. Ich hab den feindlichen Jet in eurem Einsatzraum. Es ist over. Du kommst zurück, Freundchen. Dann drück ich dir ein rein, erst mal. Ein Riesenzöpfchen. Komm. Ah. Fuck. Das war gar nichts. Das war nichts so wie da, Rubi. Boah, manchmal muss man einfach campen. Campen muss mal sein. Da hinten kommt er wieder. Eigentlich hat das Spiel schon verloren. Also, davon ab. Können wir auch ein bisschen Gaben machen. Ein bisschen Camping, Camping, Camping. Aufpassen, hab den feindlichen Jet gesichtet over. Aufpassen, feindlicher Jet. Aufpassen, feindlicher Jet. Hm. Okay. Moving. Noch ein paar Punkte. Yeah, Levelaufstieg. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Komm. Fuck. Aber 10 Punkte gekriegt. Wird immer mehr. Panzer down? Oh, was? Nee. Auch gut. Oh, falsche Taste. Jetzt nicht natürlich. Nada. Fahren wir mal los. Ach, wir kommen aber nicht weit. Wir kommen nicht weit. Nein, wir kommen nicht weit. Nein, komm, lass mich dich einfach rein. Komm, 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 komm. Fuck. Aber es war logisch, dass das jetzt passiert. 15 Uhr, 11 Uhr haben wir übrigens. Genau das meinte ich. Spornbake, gehen wir mal da wieder hin. Sehr gut. Scheiße, wir haben gerade das Eiferspiel verloren. Oh, oh. Oh, oh. Oh, 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 erwähne ich schon. Oh, oh. Hm. Hm. Ah, guck mal, da oben auch. Fuck. Oh, lauf. Da hinten ist der Hubschrauber auch noch. Und ein Jet. Der ist eliminated. Nein, der Freaker. Seht ihr, ich bin nicht der Einzige, der hier am Campen ist. Also, Taptic Shooter, da darf man das gerade beim Battlefield, finde ich jetzt persönlich. Erstmal nachladen hier. Wir haben das 1, ja, okay, ja, wir haben verloren. Ja, dann, äh, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal, euer Benni. Tschööö. Tschöööö. Und dann Cosplay. Vielen Dank.